Vor 20 Jahren war sie noch Anlagenberaterin einer Bank im Osten, Birgit-Marie Henniger. Ich denke, es war eine Suche, schon immer. Und dann hatte ich auch noch mal eine Erfahrung. Ich habe da in Chemnitz gearbeitet und bin nachts auf der Autobahn gefahren und mir ist der Reifen geplatzt, bei nicht ganz langsamer Geschwindigkeit. Ich habe dann einfach so den Eindruck gehabt, mein Leben ist nicht in meiner Hand und ja, irgendwie will ich in meinem Leben noch mal was verändern. Es war nicht nur der Schreck. Henniger hatte das Gefühl, der geplatzte Reifen will ihr etwas sagen. Ich bin normal sehr realistisch, aber das war wirklich so wie, ja, ich hatte einen Eindruck von dem Bibelwort und als ich doch noch gut ankam, habe ich erst mal nachgeschlagen, ob es das überhaupt gibt. Also da geht es darum, dass der Geist Gottes auf uns ruht und den Armen Gottesreich zu verkündigen. Dann habe ich gemerkt, das spricht mich an, das würde ich gern leben. Wo kann ich das leben? Dabei hatte Birgit-Marie Henniger schon viel ausprobiert. Nach dem Abi Bibelschule, dann Lehramt studiert, dann beruflich nach Ostdeutschland, also jetzt ganz radikal ins Kloster. Innen ist es natürlich so, dass es schon spannend ist und hat mir auch schon ein bisschen Bange gemacht, aber auch Freude. Aber äußerlich ist es natürlich spannend, von der Bank mit Geldbeutel, mit Kreditkarten in den Kloster einzutreten, Armut zu geloben. Also das sind einfach ganz krasse Einschränkungen zunächst mal. Raus aus dem Bankerkostümchen, aber es geht nicht gleich um Ordenstracht und Schleier. Erst lebt dann mal ein Jahr mit, dann als Novizin bekommt man Unterricht und legt danach das erste Versprechen für fünf Jahre ab und Tracht- und Umhängekreuz an, wenn sie noch will. Aus dem Beruf weg in eine Gemeinschaft, wo man im Grunde erstmal wieder anfängt von vorne. In der Bank war ich schon ein bisschen so auf dem Karriereweg. Und dann einfach wieder zu sagen, okay, ich fange wieder von vorne irgendwie an, in der Waschküche arbeiten zum Beispiel. Und das ist okay, aber es ist eine große Umstellung. Vier Jahre hat Birgit Marie Henniger gebraucht, um sich sicher zu sein, ja, ich trete ein in die Kommunität Christusbruderschaft Selbitz. Und jetzt wird sie Priorin. Christoph Leferts, evangelische Redaktion. 2. 3. 4. Vielen Dank.